Mario, erklär uns kurz, was jetzt kommt. Was willst du hier? Jetzt tue ich mich mit meiner Corsair einen Bauergleiter anschmeißen. Zeigst du uns den einmal? Ja, einen Corsair. Von Parkson. Eine wunderbarerige Maschine. Wo hängt der Bauergleiter drin? Ah, der ist eine brutale Lotte. Aaaaaaaahhhh! Aaaaaaaaah! Aaaaaaah! Aaaaaaah! Aaaaaah! Untertitelung des ZDF, 2020